moin leute und herzlich willkommen zu einem erneuten video video 4 dies hier ist glaube ich nur normales deathmatch doch scheiße ich habe meinen eigenen nirgendwo nicht nur aufs team gleich mit dem video die in den von vorne von überall da ist das ein gemätschen hier auch hier ist er auch da kommt ja zwei Jahre um mir doch in die Schnauze ja tötet er mich doch um um morgen das hätte natürlich anders laufen können und leben die sich So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.